das strich u eingegeben oder warte kurz ich möchte es teilen fensteraufnahme und dann auf den typen geklickt man er war an bildschirm strecken so hallo also muss ich noch anschalten so ist da hast du sehen ja ja und jetzt und jetzt bis du auf dem fenster wo rechts unten steht rate beginnen warte gleich bist du da drinnen so wie so sieht man das dann ist so ist chrome so abgehakt na gut ich bin da ja okay bist du bist du bei dem fenster wo rechts unten steht rate beginnen und in der mitte läuft 10 to you willst du jetzt willst du drücken rate beginnen gleichzeitig 3 2 1 rate gehen ja ich habe gedrückt warte 10 sekunden ja geil warte 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 ich hoffe der hat einen verlöhrt und dann und jetzt rechts unten 3 2 1 go let's go ja steht im chat und dann versuchen wir uns befreundern lassen ok vielleicht funktioniert es ja nein mach nichts ah oh was geht ab was geht ab ja ja ey jungen konzentration konzentration kommen gleich auf euch zu junge mehr sagt er nicht Warte, chill, das ist ja nur ein Cubschauer. Weeeeeen, Mr. Cube. Redigt mit einer Gutsche und einer Person. Mr. Cube live, ich stelle dir die P-Marts, Bro. Ihr Zuschauer-Attack, Kollege. Wir haben verkackt, ne? Wir haben ihn verkackt. Was geht bei mir sonst alles gut? Was habt ihr gesagt? Was haben wir gesagt? Schrei mal rein, Volgas! Das ist eigentlich cringe mit Minecraft-Team. Minecraft, okay, krass. Oh, auch Volgas, okay, cool. Ja, haben sie gesagt, mit den Jungs zum Zocken, um ehrlich zu sein. Und versuchen die ganze Zeit irgendwas zu reißen. Bei Kronen haben wir geholt, aber die letzte Mal im Finale auch verkauft. Ja, ich auch. Wir gegrüße. Aber macht schon Bock. Seitdem es diese Team-Ding gibt, macht das schon echt Bock. Warte, die schreiben noch eine coole Sache in den Chat. Nein, es ist eigentlich cringe. Das ist dein Twitter-Account, okay? Ja, genau so eigentlich. Minecraft habe ich jetzt gelesen, Volgas habe ich gelesen. Ja, das war ich nicht im Folgen. Wieso? Dem Ehrenmann? Willst du ihm folgen? Der Hostet. Willst du ihm folgen? Nee, eigentlich nicht. Nichts? Wo saß ich dann? Jetzt wollten wir jemanden raiden und du warst uns sehr sympathisch. Ach, Ehren. Ich bin noch drin. Ich bin noch drin. Ich Idiot. Wie erinnert mich abgelenkt? Ja, ich hab mich abgelenkt. Wahrscheinlich. Ich habilig. Ich hab' einen neuen Viewer. Warum gehen der Neuer? So. Der wurde jetzt Uhr nach oben gepustet, weil wir so viel... ...neute, weil das... What the fuck? Hallo? DIN? Der hat neuen Viewer! An alle, die neu dabei sind, herzlich willkommen im Stream. Schön, dass ihr alle dabei seid. Der hat 11 Viewer, Digga! Alle gehen zu RIN! Weihin so hochgepusht haben in der Liste. So, das war's jetzt mit dem Stream. Lasst auf alle Fälle ein Like bei dem Highlands-Video da, wenn euch der Stream gefallen hat, bedanke ich mich bei euch. Das schallt so rein, er hat noch immer 11 Uhr. Bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Stream, nächste Woche am Freitag oder in einem Highlands-Video oder auf meinem Hauptkanal, WeAnnaLet'sPlay. Bis zum nächsten Mal, tschüss, bis dann! Bis zum nächsten Mal.